Vielen Dank dem Arcus für die Nominierung, dass ich jetzt innerhalb von 48 Stunden ein faires Produkt echnen muss. Ich fange an mit dieser Packung Colaflaschen von El Buet. Ich darf nun also auch etwas echnen, allerdings eine Aktion des Arcus der Kaliby Bayern, ein fair gehandeltes Produkt, fair gehandelten Cashewnüsse mit Bio-Joghurt. Mit dieser Packung fair gehandelte Mango-Streifen. Wir haben uns entschieden, ihr verschiedene Produkte zur Verkostung zur Verfügung zu stellen. Ich habe eine schwere Orange in einem Weltladen gekauft, hier ist der Beweis. Jetzt, wie ich bin, nochmal einen Smoothie mitgenommen. Jetzt kommen wir. Entweder, Enten, Enten-Iteruanischen Amazonas-Bezid erstklassigen Fakao. Und ob der wirklich erstklassig ist, das probiert wir heute aus. Wir haben alles vorbereitet. Wir brauchen natürlich jetzt erstklassigen Fakao. Hier für diesen leckeres Facebook-Video. Wow! Social Fair Game? Fair Trade 3 3